Warum ich kein Silvester feiere. Und zu Ehren von Papst Silvester gefeiert wird. Das ist auch schon eine Sache, die wissen, glaube ich, die meisten Leute gar nicht so, weißt du, wie ich meine? Das hat jetzt nichts unbedingt mit den echten Zyklen des Universums zu tun. Das ist eigentlich ein Ego-Film, mehr oder weniger. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, es spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Frohes neues Jahr auf jeden Fall noch an euch alle. Ich habe seitdem kein Video mehr hochgeladen. Liebe euch, fühlt euch umarmt. Und genau zu diesem Thema ziehen wir uns jetzt ein Video rein von einem Ex-Satanisten. Er sagt, warum ich kein Silvester feiere. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich persönlich habe meinen Silvester alleine verbracht und habe ins neue Jahr quasi rein meditiert, manifestiert. Ich war auf dem Dach oben und habe meine Intention fürs nächste Jahr quasi ins Universum reingeschickt. Und ich muss sagen, das hat sich richtig, richtig gut angefühlt. Ich halte nichts mehr von diesem Konzept, dass du an Geburtstagen oder an Silvesterfeiern oder so dich dann alkoholtechnisch abschießt und quasi dann mit einem Kater in dein neues Lebensjahr oder ins neue Jahr generell reinfeierst. Und der erste Tag im neuen Jahr bist du dann verkatert und liegst dann da und fühlst dich wie ein Haufen Scheiße. Ich glaube nicht, dass es ein guter Start ins neue Jahr ist, deswegen war ich trainieren an dem Tag vorher, habe gearbeitet und habe abends meine Intention ins Universum reingeschickt. Und am nächsten Tag war ich am Strand, habe den Strand genossen, bin spazieren gegangen, habe da ein, zwei coole Leute getroffen. Und ja, das war ein sehr schönes Silvester für mich persönlich. Ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Zeit gehabt. Und jetzt gehen wir in das Video rein, warum ich kein Silvester feiere. Let's get it on. Daumen nach oben da, lass ein Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren. Und der Peter geht los. Let's go. Und los. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und in dieser Folge geht es darum, warum ich kein Silvester feiere. Ja, ich werde diese Folge relativ kurz halten und das ist auch nur relativ spontan jetzt gewesen, weil ich öfter mal gefragt wurde, warum feiere ich eigentlich kein Silvester? Und warum wünsche ich den Leuten ein frohes neues Jahr, wenn der Frühling anfängt? Ja, das möchte ich in dieser Folge klären. Das ist eine sehr interessante Geschichte und davon habe ich auch schon öfter gehört, dass quasi der Frühlingsbeginn eigentlich der Neujahrsbeginn ist. Und das würde für mich jetzt vom Wetter her und von wie sich das anfühlt, auf jeden Fall am besten auch, ja, das fühlt sich richtig an, weil dann fangen die Pflanzen wieder an, gerade in Deutschland wieder an zu blühen. Die Sonne fängt wieder an zu scheinen, Lebensfreude ist mehr am Start und so ins neue Jahr rein zu feiern, so ist ja viel geiler als in der dunkelsten Zeit im Jahr. Dunkel, kalt, grau, Menschen sind miserabel. So weißt du, wie ich meine? Macht schon Sinn. Und wie immer geht's los nach dem Intro. Viel Spaß. Doch, jetzt habe ich schon Bock auf das Video, sage ich ehrlich. So, zuallererst, die Geschichte von Silvester hängt eigentlich ganz eng mit dem Christentum zusammen. Es ist ein christliches Fest, was am 31. Dezember gefeiert wird und zu Ehren von Papst Silvester gefeiert wird. Das ist auch schon eine Sache, die wissen, glaube ich, die meisten Leute gar nicht so, weißt du, wie ich meine? So, genauso wie der ganze Kalender eigentlich auch eine christliche Geschichte ist. Der gregorianische Kalender kommt vom Papst Gregor, so. Und das hat jetzt nichts unbedingt mit den echten Zyklen des Universums zu tun, weißt du, wie ich meine? Das ist eigentlich ein Ego-Film, mehr oder weniger. Der hat von 314 bis 335 nach Christus gelebt und hat eine ziemlich bedeutsame Rolle gehabt in der frühchristlichen Kirche. Silvester wurde in Rom geboren und trat während einer Zeit großer Veränderungen auf die Weltbühne. Das Ganze ging natürlich los durch die Herrschaft des Kaisers Konstantin. Ja, der das Christentum im Römischen Reich erst legalisierte und auch förderte. Und unter Konstantins Herrschaft fand auch das erste ökumenische Konzil von Nicea statt, bei dem viele wichtige theologische Fragen diskutiert wurden und auch Entscheidungen letztendlich getroffen wurden. Und da gibt es auch so eine Legende über diesen Papst Silvester und da geht es um die Bekehrung des römischen Kaisers Konstantin zum Christentum. Nach dieser Legende soll Konstantin ein Libra erkrankt worden sein und auf Anraten seiner Berater sich an den sogenannten Silvester gewendet haben, um geheilt zu werden. Ruff, du redest ein bisschen langweilig so, weißt du wie ich meine? Ich glaube die Informationen an sich sind interessant, aber da muss man mindestens 1,5 reinknallen. Genau und dieser sogenannte Silvester hat ihn dann getauft, worauf Konstantin von seiner Krankheit geheilt wurde. Und seitdem das Christentum als die wahre Religion anerkannt hat. Der hat ihn getauft und dann ist die Krankheit weggegangen, okay. Ja, aber das war nicht das Einzige, was dieser Papst Silvester gemacht hat. Der hat nämlich auch den Bau gefördert der Petruskirche in Rom, die eine der bedeutendsten Kirchen des Christentums ist. Und er soll auch die ersten liturgischen Gesänge eingeführt haben, die später zu einem festen Bestandteil des christlichen Gottesdienstes wurden. Ja und der Papst selbst, der Papst Silvester, das muss man sich mal vorstellen, hat dann auch die Einführung des Festes, den sogenannten Silvesterabend zum 31. Dezimmer, also seinen eigenen Geburtstag, den hat er... Das ist krass, Digga, der hat das einfach zu seinem Geburtstag gemacht, oder was? Auch zu einem Feiertag erinnert, zu einem christlichen und staatlich geprägten, ne? Bro, muss man sich mal vorstellen, also wie narzisstisch kann man eigentlich sein, seinen eigenen Geburtstag zu dem Jahresanfang zu ernennen? Digga, das ist ja crazy, Bro. Und vorher? Was haben denn die Heiden gemacht? Nee, Digga, okay, also jetzt, spätestens jetzt, für mich persönlich, Silvester it out, man. So. Die Heiden, die haben... Das ist doch crazy. ...neu Jahr immer zum Frühlingsanfang gefeiert. So im März. Ja, und das ist eigentlich auch das Natürliche, weil da fängt ja die Natur erst an zu leben. Siehst du, das habe ich schon alleine aus meinem Gefühl heraus gesagt. Das blüht ja alles wieder auf. Und da kann man ja sehen, ein neues Jahr beginnt, alles fängt an und so weiter. In China feiern die das heute noch, ja, zum Frühlingsanfang irgendwann, ne? Und, ähm... Beste. Ja, die Christenheit, die Kirche hat das dann eben so für sich entschieden. Das Kranke dabei ist ja, dass alle Menschen das übernehmen und übernommen haben quasi, so. Weißt du, was ich meine? Dass jetzt der Großteil der Menschen einfach Silvester im Dezember feiert, weil irgend so ein Papst dann quasi da Geburtstag hatte, so. Weißt du? Und das macht es halt immer ein bisschen so... Man will ja nicht der Miesmacher sein auch irgendwo, weißt du, wie ich meine? Und natürlich merkst du auch, und das hat auch was mit der Energy zu tun. Wenn viele Leute die gleichen Intentionen haben auf der ganzen Welt, dann löst das so eine Energie aus, so. Weißt du, wie ich meine? Und da nicht mitzumachen ist halt nicht einfach, aber es geht. So, weißt du, was ich meine? Aber ja, es ist halt... Wir müssten halt langsam, langsam alle das verändern und zum Frühlingjahresanfang feiern, so. Dann wäre das auf jeden Fall schöner, so. Und eigentlich ist das auch schon wieder diese typische abrahamitische Verdrehung von Dingen, von Tatsachen. Du schaust nach draußen, du siehst, oh, ist ja noch kalt draußen. Ist ja alles noch tot, ja. Alles tot, ist so. Die Flaschen sprießen noch nicht. Klar, gibt es schon vereinzelte Knospen, aber die blühen alle noch nicht. Es ist alles noch in dieser Starre, in einer Todesstarre. Ist so, Digga. 21. März, Frühlingsbeginn, bin ich geboren. Könnte man auch sagen. In einem Winterschlaf. Und jetzt will uns diese... Kann man dir auch Fragen stellen, die nichts mit dem Video zu tun haben? Sinan, hau mal raus, Digga. Vielleicht beantworte ich. Wenn nicht, dann nach dem Video. Die Religion, die von vielen, ähm... In Japan ist tote Hose, was Silvester angeht. ...gelehrten, der Antike übrigens als Aberglaube bezeichnet wurde. Jetzt will die entscheiden, darüber, wann das neue Jahr anfängt. Das erinnert mich so ein bisschen an auch viele Dinge, die man uns heute so erklärt. Die haben über viele Sachen entschieden damals, so. Die JungsInnen. Gerade hier der Papst, Vatikan und so. Die haben Sachen getrieben, das ist unfassbar so. Nachdem wir bis heute leben. Ja. Die haben gedacht, die sind Götter. Wenn die Regierung sagt, der Himmel ist lila, dann ist der lila. Und wer was anderes sagt, der ist ein, ne? Ein rechter, verschwörungsmystischer Aluhut-Nazi. Und so weiter. Wir kennen das alles schon. Und das heißt, es werden uns Realitäten verkauft, die gar keine... Die gar nicht standhalten vor der echten Realität. Und wir sind verrückt. Also wir haben die... Nee, ist klar. ...Mit den Dingen, die wir wirklich sehen können. Und dann haben wir diese ganzen Erzählungen. Und häufig sind das eben auch auf dem Abrahamismus aufbauende Erzählungen. Das ist halt sehr interessant, weil das häufig Dinge sind, die aus den Schriften der Bibel entlehnt wurden. Und dann haben wir da diesen Bezug. Und das ist insofern interessant, weil das mit der Realität nichts zu tun hat. Während die heidnischen Völker immer diese naturbezogene Realität hatten. So, alle heidnische Völker, auch die Völker aus hier Südamerika, Nordamerika. Die ganzen Völker von damals haben nah an der Natur gelebt und haben ihre Zyklen an die Natur angepasst. So. Das macht für mich auch komplett Sinn. Weißt du? Dass wir mit der Natur in Einklang leben. Diese Sachen, von denen er da gerade erzählt, von diesen Päpsten, die da irgendwelche Ego-Filme gemacht haben und dann die Leute gezwungen haben, ein neues Jahr zu feiern an deren Geburtstag und so. Das sind Dinge, die uns langfristig von unserer Natur getrennt haben. Wenn du wirklich mal tief da reingehst so. Weil wir leben nicht mehr mit der Natur. Wir leben nicht mehr natürlich. Wir leben nicht mehr im Zyklus der Natur, nicht mehr mit der Natur, nicht im Respekt, mit Liebe vor der Natur. Nein, wir leben getrennt von der Natur. Und wenn wir getrennt von der Natur leben, leben wir im Endeffekt auch getrennt von uns selbst. Und das müssen die Leute wieder verstehen. Die haben halt gesagt, die Natur ist durchwoben, durch göttliches Walten und durch göttliche Kräfte. So. Das heißt, man konnte rausgehen, man hat den Wind in den Haaren gespürt oder auf der Glatze oder was auch immer. Auf der Glatze. Und wusste dann, aha, da ist etwas. Da wirkt etwas. Eine unsichtbare Macht, die wirkt. Etwas göttliches. Geil. Man hat das auch in der Natur wahrgenommen. Überall. Ist auch überall. Gott ist überall. Gott ist everywhere. So. Du musst nur richtig hingucken und bewusst hingucken. Beobacht. Ich sitze hier gerade vor mindestens 40 Bäumen so. Weißt du, wie ich meine? Und wenn ich die morgens nach dem Beten meine Augen aufmache und die angucke, dann habe ich Gänsehaut. Weil ich sehe Gott in diesen Bäumen. Das ist göttlich, was man da sieht. Wie perfekt das alles ist und wie das wächst und so. Du siehst Gott eigentlich überall und er ist auch in dir. Du kannst ihn die ganze Zeit fühlen. Den ganzen Tag. Die ganze Zeit. 24-7 so. Aber dadurch, dass wir unbewusst und getrennt sind, spüren wir das nicht mehr. In allen Dingen, in den Elementen, überall sah man das Göttliche. Ja, das kannst du wahrnehmen. Das kannst du selber erfahren. Das ist etwas Greifbares. Etwas Unmittelbares. Das ist nichts, wo dir jemand etwas erzählt und dann musst du daran glauben, weil du es selber nicht erfahren kannst. Das ist der große Unterschied zwischen den abrahamitischen Religionen und den heidnischen Kulturen. Ich sage ganz bewusst nicht Religionen. Die heidnischen Kulturen hatten immer den naturbezogenen Aspekt mit drin. Du konntest alles, was du erfahren konntest über die Götter, konntest du auch in der Natur erfahren. Es ist völlig egal, ob das nun Sokrates war, Plotin, wer auch immer. Es gibt genug Epiktet und so weiter. Genug griechische Philosophen, die uns erklärt haben, wie oder was die Götter in der Antike waren, wie die Menschen das betrachtet haben. Ja, eine dieser interessanten Betrachtungen der Pythagorea zum Beispiel war, dass Zeus die Vernunft darstellt. Zeus ist das Element der Vernunft in uns allen. Pythagorea, noch nie gehört, was das? Das heißt, wenn die Vernunft wirkt, dann entsteht Ordnung. Dann entsteht auch Gerechtigkeit. Also durch Ordnung und Gerechtigkeit entsteht durch Vernunft beherrschtes Denken und Handeln. So. Und in den abramitischen Religionen von Vernunft gar keine Spur. Da werden einfach nur Behauptungen gemacht und absurde. Also das ist per Definition genau das, was man als Aberglauben versteht. Und das haben auch viele antike Gelehrte, Gelehrte, hohe Philosophen haben diese abramitischen Religionen oder das, was daraus entstanden ist, diese ganzen Sekten, als Aberglaube angesehen. Und das waren nicht irgendwelche stumpfen Kritiker, sondern das waren hohe, gelehrte Philosophen, die sich ausgiebig und intensiv auch mit diesen Themen und diesen Erscheinungen da, diesen Wüstenreligionen auseinandergesetzt haben. Und das ist höchst interessant. Da zu dem Thema werde ich auch noch eine andere Sendung machen. Das soll jetzt hier gar nicht so tief sein. Ich wollte das nur noch schon mal anreißen. Wolltest du mal kurz anreißen, sagst du? Interessant ist. Aber da werde ich noch mal drauf zu sprechen kommen, welche Philosophen da was gesagt haben. Ja, das würde mich auch interessieren jetzt gerade so. Ja, aber wie gesagt, das eigentliche Neujahrsfest ist der Frühling. Natürlich. Was denn auch sonst? Das ist das, was man sehen kann. Ah, das Jahr beginnt, alles blüht. Ja, macht Sinn. Macht total Sinn. Plötzlich macht das ganze Leben wieder Sinn, wenn wir uns nach der Natur ausrichten. Stimme ich ihm zu? Bei der Religionsgeschichte, also er erscheint so richtig Anti-Religion zu sein, kann ich auch nachvollziehen, weil die Menschen uns viele Gründe gegeben haben, Anti-Religion zu sein, weil die Menschen halt die Religion versaut haben, meiner Meinung nach. Ich glaube, die Ursprünge von vielen Religionen waren mal ähnlich mit den naturverbundenen Völkern. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, zum Beispiel ein Jesus war auch jemand, der sehr krass connect... Kulturen sehr krass connected war mit der Natur und eigentlich den Menschen nur zeigen und sagen wollte, dass Gott in allen von uns ist und dass wir gewisse Dinge tun müssen und von uns, von gewissen Dingen abwenden müssen, wenn wir mehr ins Göttliche reinkommen. Deswegen haben ja auch Religionen immer noch, meiner Meinung nach, teilweise auch Wahrheiten drin. Wurden halt leider von Menschen mit den Jahren mehr und mehr versaut, so. Weißt du, wie ich meine? Aber ich glaube, viele Ursprünge können uns immer noch helfen. Oder zum Beispiel auch im Islam, so. Sowas wie Fasten, so. Oder auch, auch, äh, 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 was man, was man alles nicht machen darf, in Anführungszeichen, so. Kein Alkohol. Kein, 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 kein schlechter Menschsein im Endeffekt, weißt du? Deine Wörter, die aus dem Mund rauskommen. Wie du mit dem Thema Sexualität und so umgehst. Da gibt es gewisse Grenzen und gewisse Dinge, wenn du die weglässt, dann bist du mehr in Verbindung mit der Natur und mit Gott. Und mit dir selbst im Endeffekt, so, weißt du? Und irgendwelche Neuheiten, die sich da im Wald treffen und da, öh, hei, Odin brüllen und sowas. Das hat aber damit erstmal gar nicht viel zu tun. Das sind, das sind auch wieder, meines Erachtens, häufig, nicht immer, ich möchte auch nicht jeden über einen Kamm scheren, Aber häufig sind diese Kein Sex vor der Ehe Neuheiten, nichts anderes Hast du die Bibel gelesen? Zu 80% würde ich sagen Ja, als Menschen, die dem christlichen Glauben Und ich hab, das hat mir auch was gegeben. Also erstens bin ich ein Mensch, der sehr wissbegierig ist und sich gerne Wissen aneignet, so. Und selbst wenn ich jetzt kein christlich-religiöser bin, so, will ich mir trotzdem angucken, ansehen und lesen, was deren, was deren Glaube ist, quasi. So, einfach um es zu wissen und zu lernen, damit ich mich im Endeffekt dann auch vernünftig mit solchen Menschen unterhalten kann und auch Argumente bringen kann Und einfach auch ein gewisses Wissen dafür habe, an was die eigentlich glauben, so. Viele urteilen über Religion oder über Menschen und wissen gar nicht, was die eigentlich wirklich glauben. Deswegen, für mich Wissen ist sowieso eine Sache, die erfüllt mich extrem. Und ich hab auch sehr viel gelernt aus Geschichten aus der Bibel, aus Geschichten aus dem Koran. Also da hab ich mehr draus gelernt, als wenn ich mich hinsetze und mir irgendein dummes Video angucke, wo irgendjemand auf irgendjemanden reagiert und den fertig macht. Oder irgendein Rap-Beef oder so ein Scheiß, so. Weißt du, wie ich meine? Die Geschichten haben mehr Hand und Fuß, so. Die kann man schon gut auch auf sein Leben übertragen, teilweise, weißt du? Teilweise gibt's Dinge, wo ich sag, hmm, I don't know, weißt du, wie ich meine? Aber im Endeffekt kann man auch sehr viel daraus lernen. Also abgeschworen haben und dann eine christliche Ersatzreligion im Heidentum gefunden haben oder Glauben gefunden zu haben. Und wenn man aber dann wirklich mal so ein bisschen in die griechische Antike geht und sich mit der Philosophie auseinandersetzt, dann wird man feststellen, oh, das geht ja richtig in die Tiefe. Da ist ja mehr Substanz, als in irgendeiner theologischen Schrift jemals gefunden wurde. Und das ist halt, ich bin einer zum Beispiel, ich bin divers. Also ich gucke mir sowohl diese Lehren an, von denen er gerade redet, auch Buddhismus zum Beispiel oder andere philosophische Sachen. Weißt du, ich meine, wo Leute einfach auch schon vor den Religionen gewisse Konzepte aufgestellt haben und so, da kannst du auch extrem viel von lernen, so. Ich bin keiner, der irgendwas, also ich bin keiner, der grundsätzlich Dinge ausschließt, so. Ich will so breit gefächert wie möglich mir Wissen aneignen, weil dann fängst du auch an, Parallelen teilweise zu sehen. Und dann fängst du auch an zu checken, so, okay, wir müssten eigentlich gar nicht gegeneinander sein, weil viele Sachen haben Parallelen und bei vielen Sachen kann man sich auch auf gewisse Dinge einigen. Und vor allen Dingen bin ich überzeugt davon, dass einige Dinge uns bewusst nicht erzählt werden oder bewusst auch aus den Heiligen Schriften rausgenommen wurden, damit wir Menschen nicht zu krass realisieren, was für eine Macht wir eigentlich in uns tragen, so. Weißt du, da wird auch einiges verborgen, was wir nicht wissen sollen. Und deswegen bin ich einer, ich schließe nichts aus, ich höre mir erstmal alles an, so. Also theologisch im Sinne von abramitisch-theologisch, ne? Weil es gab ja auch schon Theologen, beziehungsweise die Vorreiter der christlichen oder jüdischen Theologen sind ja die Theurgen gewesen. Aber da komme ich auch nochmal zu, das sind alles so unglaublich spannende Themen. Pop Smoke sagt gerade, man muss halt immer daran denken, wenn man Geschichtsbücher etc. liest, der Gewinner schreibt am Ende immer die Geschichte. Das wissen wir schon lange, Bro. Aber hast du recht, da gebe ich dir recht. Das meiste ist eh geklaut und verdreht, also pervertiert. Das Ego hält die Menschen auf, frei zu sein. Jeder glaubt das, was er macht, das einzig Wahre ist. True. Es ist pervers. Die abramitischen Religionen haben alles ins Perverse gedreht, haben die damalige Kultur der Menschen, der antiken Kulturen, ins Perverse gedreht. Und das ist nicht nur eine Behauptung, die ich ausstelle. Das ist auch nicht irgendwie ein Kampfbegriff oder eine Hetze oder irgendwas. Nein, das meine ich völlig wertneutral, wenn man das nämlich rational betrachtet, ohne Emotionen. Und ich möchte auch niemanden persönlich angreifen. Ich schaue mir nur Systeme an, die scheinbar immer und immer wieder nur für Ärger, Streit und Unfrieden in der Welt sorgen. Das sind aber oft leider die Menschen und nicht der Glaube an sich, weißt du, die das machen. Weil im Glauben an sich, also ich weiß, ich habe mich eigentlich schon weitgehend mit der Bibel und mit dem Koran, würde ich sagen, habe ich mich schon sehr krass auseinandergesetzt, weißt du. Und da gibt es so viele Passagen und Geschichten und Zeilen, wo es heißt, dass du nicht über andere Menschen urteilen sollst, dass es eigentlich im Endeffekt um dich geht und deine Verbindung zu Gott. Und dass du keiner sein sollst, der mit Finger auf anderen Menschen zeigt oder irgendwie sagt, du bist falsch und das, was du glaubst, ist falsch und so. Diese ganze negative Scheiße, das sind alles Menschen, die das machen, weißt du, wie ich meine. Das ist aber nicht, der Ursprung ist nicht die Schrift an sich. Natürlich Kulte oder Religionen haben nun mal in der Geschichte fast immer nur für Unfrieden und Zwiespalt gesorgt. Wenn wir uns den Hellenismus als Gegenteil angucken, der hat ja alles wunderbar integriert. Da gab es ja überhaupt gar keine Probleme. Da kenne ich mich nicht aus, Hellenismus. Wenn der Hellenismus plötzlich in Ägypten auftrat, ja, dann wurden eben griechische, römische Götter neben ägyptischen verehrt, überhaupt gar kein Problem. Jeder durfte im Hellenismus seine Religion oder seine Spiritualität, ich will es nicht Religion nennen, weil das ist, naja, es sei denn, wir sprechen von Religion im Sinne von Religare, also zurückkehren zum Göttlichen. Okay, dann ja, aber das ist ja eher so ein... Ah, Religion, Religare, Religare, zurückkehren zum Göttlichen fühle ich. Moderne Interpretation, ob die das damals so gesehen haben. Wahrscheinlich haben die damals auch sich selber nicht als religiös bezeichnet, sondern die hatten halt eine gewisse Frömmigkeit den Göttern gegenüber, aber diese Frömmigkeit war vor allen Dingen auch auf die Natur bezogen, weil die Götter eben auch sich in der Natur gezeigt haben. Sie waren Bestandteil des materiellen Kosmos und das ist eben ganz wichtig. Es ist keine Jenseits, es gab keine Jenseitsreligion in dem Sinne, in der Antike, klar gab es auch Kulte, die so ein bisschen mit dem Jenseitigen gespielt haben, aber die waren eher so im Nekromantischen zu finden, also diese ganzen Totenbeschwörer-Kulte, ja. Und letztendlich das Christentum, wie es so aufgebaut ist, ja, wo dann dieser Jesus, der eigentlich Jeschua hieß, aber das haben wir da hingestellt, wurde dann... Mein zweiter Name, Digga, Joshua, sagt so... Wir sind da. ...ist im Gedenken an mich, ne, ist mein Fleisch und trinkt mein Blut. So, als im Gedenken an mich. Das erinnert schon sehr stark auch an die Mithras-Kulte und auch sowieso viele Aussagen. Zum Beispiel auch, da haben wir so eine Aussage, Gott war, Gott ist und Gott wird immer sein oder sowas, ne. Das wird dann immer auf Jahwe bezogen, ist aber völlig, ist geklaut. Es ist ein geklautes Thema, weil es gibt den Ausspruch, ja, Zeus war, Zeus ist und Zeus wird immer sein. Also, und sämtliche Aussagen, die Jesus getätigt haben soll, kannst du in der griechischen Kultur wiederfinden, in den griechischen Schriften und Mythologien und sonst was, auch in der sumerischen Mythologie. Da findest du da ganz viel aus dem Alten Testament wieder, wenn man die sumerischen Schriften erforscht. Okay, Digga, ich dachte, es geht hier um Silvester, mal Jutz, da ist ein Religionstalk geworden quasi, wa? Mesopotamische Kultur, also das ist im Grunde genommen, erstmal ist das fast alles geklaut, ja, auch die Worte von Jesus, ja, fast alles geklaut, es ist leider so. Ich weiß, das werden jetzt viele Christen, werden dann wieder rumheulen, aber geht euch leise einnässen und geht mir nicht auf den Sack, so. Tsch, der ist richtig Anti, Digga. Und das reicht ja nicht, dass es nur geklaut ist, ja, sondern es wurde auch verdreht, es wurde pervertiert. Und was ich immer, wo ich immer ein leichtes Problem mit habe, ist, wenn Leute so reden, als ob die die absolute Wahrheit wissen und dann auch noch wissentlich andere Leute quasi, ich meine, er greift niemanden an, aber er weiß ganz genau, dass das, was er sagt, auf jeden Fall bei einigen sauer aufstoßen wird, so, weißt du? Und ich finde immer, von der Kommunikationsart und Weise kann man, selbst wenn man jetzt nicht daran glaubt, an das Christentum zum Beispiel glaubt, kann man trotzdem respektvoll darüber reden und ja, ein bisschen mehr so reden, von seiner eigenen Ansicht heraus und nicht von dem, so, ich weiß die Wahrheit und ihr seid alle dumm, heult leise mäßig, weißt du, wie ich meine? Viele der Aussagen wurden einfach auch, ja, pervertiert. Oder auch bestimmte Sitten und Regeln und so weiter, die dann pervertiert wurden. Also, dieser ganze Abrahamismus ist eine Pervertierung einer edlen und ethisch sehr hohen philosophischen antiken Kultur. Und es gibt, wie gesagt, einige der antiken Philosophen, die... Aber ich bin einer, ich schalte mein Ego da jetzt aus, weißt du, und ich verstehe schon, was er sagen will im Endeffekt, aber ich sage einfach nur, ich persönlich würde es anders machen. ...sagt haben, es ist eine barbarische Religion, eine völlig verrohte Religion. So, und das ist natürlich höchst interessant. Aber da, wie gesagt, da werde ich nochmal in einem anderen Teil ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, zurück zu dem schwachsinnigen Fest Silvester, welches ich nicht feiere. Endlich bist du wieder beim Thema, mein Jutzer. Seit vielen Jahren feiere ich keinen Silvester. Zumindest halt mache ich dann irgendwas, worauf ich Bock habe, aber ich feiere jetzt nicht, ja, heute ist Silvester und dann saufen und so weiter und rumballern. Ich finde es auch, man muss auch dazu sagen, es ist auch wieder dieses typische Abramitische, dieses Destruktive, was man da drin findet, dieses Rumgeballere und dieses stumpfe Gesaufe und all diese Sachen, das hat sich ja kulturell daraus entwickelt. Das ist ja nicht irgendwie hinzukommen. Korrekt. Das hat ja nicht irgendwie jemand damit reingebracht, um irgendwie böse zu sein oder so, um zu sagen, ja, jetzt bringe ich hier was Satanisches mit rein und dann wird das wieder, wird das gute Abramitische durch das Satanische getrübt. Nein, Schwachsinn. Abramitisch, Satanisch, das ist alles der gleiche Müll. Okay, der Typ hat ein bisschen Dinge, Alter. Ich glaube, der hat ein bisschen auch, ihm würde ich jetzt auch mal raten, ein bisschen meditieren, ein bisschen beten, Digga. Weißt du, wie ich mir ein bisschen in seine Mitte reinkomme? Der scheint mir ziemlich negativ drauf zu sein, weil er wahrscheinlich auch viel Wissen hat, sich viel angeeignet hat und sich dann eventuell in so eine Frequenz rein verfrachtet hat, wo er dann halt ein bisschen aggressiv wird gegenüber Leuten, die vielleicht Dinge anders sehen oder vielleicht noch nicht so weit sind wie er so. Und das ist eine Sache, die kann gefährlich sein. Also so möchte ich zum Beispiel nicht, so möchte ich nie werden, Digga, weißt du? Nur weil ich jetzt mir Wissen angeeignet habe und auch überzeugt davon bin, dass es die Wahrheit ist, dass ich dann anderen Leuten das Gefühl geben möchte, dass die dumm sind oder dass die keine Ahnung haben oder dass ich selber dann aggressiv werde oder schlecht drauf bin, weil ich sehe, dass viele Menschen noch nicht so weit sind wie ich und so. Das will ich nicht ausstrahlen, weißt du? Weil ich will ja, dass Menschen mir zuhören, auch die noch nicht vielleicht so weit sind wie ich so und dass sie sich nicht angestoßen von meinen Worten fühlen und so. Das bin aber nur ich persönlich, weil ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, der auch so viele Menschen wie möglich versucht, irgendwie mit dem, was er sagt, abzuholen und so wenig Menschen wie möglich da ausschließt, weißt du? Das ist der gleiche Rotz. Das muss man endlich mal sich klar werden, aber die Leute sind zu faul häufig und haben Erkenntnisangst, mit diesen ganzen Wörtern auch, das ist der letzte Rotz und die Leute sind zu faul und das ist halt sehr, weißt du, wie ich meine? Mit der Antike zu beschäftigen, den Vorreitern und vor allen Dingen den Inspirationsquellen der Abramiter, die dann später das Ganze benutzt und übernommen haben, die Geschichten einfach übernommen haben, andere Namen reingeschrieben haben und so weiter, manche Geschichten verdreht haben und deswegen spreche ich auch nicht mehr von irgendwie dieses, das ist ja eine satanische Verdrehung. Ich finde den Begriff satanische Verdrehung irreführend, weil eigentlich ist es eine abramitische Verdrehung, weil die satanische Verdrehung nützt ja dem abramitischen Narrativ. Es erhält das Ganze am Leben. Ohne den Teufel keine Legitimation. Das ist so ein bisschen wie mit der Antifa. Wenn es keine Nazis mehr gäbe, dann wäre die Antifa nutzlos. Dann müssten die alle, ja dann hätten die nichts mehr zu tun, dann wären die todesunglücklich. Viele würden ja glauben, die wären ja dann endlich zufrieden, hätten sie ihr Paradies. Nein, wären sie nicht. Weil ihre gesamte Existenz bauen sie auf eine Anti-Haltung auf. Man, Antifa kämpft mittlerweile gegen normale Menschen, nicht mehr gegen Nazis so. Weißt du, die sind selber Nazis geworden. Und das kann man so ein bisschen, auch im Satanismus, man legitimiert sich durch das Negative. Die finden immer was gegen, was die kämpfen. Das ist verankert im Abrahamismus. Das ist Bestandteil. Das ist absoluter, wenn das... Er kämpft halt extrem. Ich würde Marc schon zustimmen. Er, der bekämpft Feuer mit Feuer, bringt nichts. Würde ich dir schon teilweise zustimmen. Safe. Dann hätte das Ganze, dann hätte das Ganze überhaupt keinen Sinn mehr. Und das ist eben in den antiken Kulturen anders gewesen. Die haben sich nicht durch Negativität legitimiert, sondern eben durch das Leben selbst, durch das Sein. Er war mal Satanist oder ist. Klar ist der innerlich sauer. Ja, wenn du so einen Scheiß durch... Ey, wie gesagt, ich bin jetzt keiner, der jetzt sagen würde so, ey, der ist jetzt ein schlechter Typ oder hat kein Wissen oder man kann da nicht auch was lernen. Vielleicht zuhören. Wir haben hier aus dem Video zwei, drei Sachen, wusste ich so noch nicht, weißt du. Vielleicht habe ich hier und da ein bisschen so, fand ich die Wortwahl und wie er es gesagt hat, nicht so geil, Digga. Ich würde es anders machen. Aber jeder ist so, wie er ist wegen seiner Vergangenheit. Jeder hat seine eigene Welt. Jeder macht die Dinge, die er für richtig hält. Und ja, man hat das. Solange man echt zu sich selbst ist und sich selbst in den Spiegel gucken kann und überzeugt davon ist, was man tut und versucht, einen guten Impact dazulassen, dann ist das doch alles okay. Wer bin ich, dass ich jedem fortschreibe, wie er zu reden hat? Was einem in der Natur begegnet und durch, ja, da gibt es so viele wunderbare Aspekte, die ich nach und nach in meinen Videos auch noch mehr erläutern werde. Und einer dieser Aspekte ist eben das Neujahr zu zelebrieren am Anfang des Frühlings. Ja, und in diesem Sinne, ich wünsche dir ganz bewusst erst im Frühjahr ein neues Jahr. Das werde ich natürlich mal ansprechen. Und im Frühling feiern wir nochmal zusammen hier im Stream auf jeden Fall. Auch für die Tiere da draußen, weil ganz ehrlich, guck mal, die Vögel, die wissen ja gar nicht, wo sie hinfliegen sollen, wenn überall geknallt und geblitzt und was auch immer geballert wird. Also die Vögel werden ja völlig verrückt, auch die ganzen anderen Tiere. Ja, die Tiere, ich habe an die Tiere habe ich auch gedacht. Hat der Recht auch. Hat der Recht auch. Silvester ist ganz schlimm für die Natur und für die Tiere. Die sind ja völlig aus dem Häuschen, ja. Ja, oh, Digga, wie süß, Digga, ich sehe Eichhörnchen fast jeden Tag gerade. Von Hunden und Katzen, die auch dann immer durchdrehen und ganz schlecht darauf klarkommen, aber alleine auch die ganzen Tiere, die draußen sind. Also ich finde es ekelhaft. Es ist einfach nur pervers und ekelhaft und asozial und gleichzeitig Wir haben eh keinen Respekt mehr vor den Tieren oder vor der Natur. Das ist ja eine Sache, die siehst du ja in vielen Bereichen so. Wir respektieren den ganzen Laden ja gar nicht mehr so. Weißt du? Null. Und deswegen ist es uns auch scheißegal, dass wir rumballern an Silvester und es den Tieren richtig beschissen geht, weil es gibt sogar Tiere, die haben ein viel stärkeres Gehör auch als wir, weißt du? Das ist für die die Hölle, aber es juckt uns nicht. Es interessiert uns nicht. Es verpestet die Natur, ja. Weil wir denken, wir sind was Besseres. Und es hat eigentlich nichts Gutes. Es hat wieder was durchgehend Abramitisches, also wirklich einfach nur destruktiv und insofern, ja, ich wünsche mir, dass ihr einfach nur eine schöne Zeit habt, ja, bis zum Frühling und dann feiern wir alle gemeinsam Neujahr. Und da werde ich euch dann nochmal ein paar Anregungen geben, wie man ein friedliches und nicht destruktives, sondern ein konstruktives Neujahr feiern kann. So, in diesem Sinne, habt eine gute Zeit und bis bald. Gutes Video, Digi. Wie gesagt, ey, wir haben unseren Senf dazu abgegeben, wir haben einige Dinge dazugelernt. Feier ich, Digga. Ist korrekt. Schreibt eure Gedanken auf jeden Fall dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Immer schön harmonisch bleiben, Freunde, ja. Wie ich auch im Video gesagt habe, so. Das ist für mich die beste Variante. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video nochmal. Bis dahin. Peace out. Gang. Gang.